Der Energieausweis. Das Qualitätspickerl jeder Immobilie. Auch im Hotel Schachner in Hinterglemm steht die Zeit nicht still. Ein neuer Energieausweis muss her. Damit setzt das Hotel ein Zeichen für Nachhaltigkeit und umweltbewusstes Wirtschaften. Im Zuge der Übernahme, damals noch mit den Eltern, haben wir das ganze Haus isoliert. Das Dach wurde neu gemacht und alle Fenster und Türen wurden durch neue Fenster ersetzt. Das war einer von den größten Teilen. Seitdem werden immer wieder alle zwei bis drei Jahre Erneuerungen getätigt, was uns das ganze Thema sehr wichtig ist. Natürlich ist der Energieaufwand viel weniger geworden durch das Dämmen des Hauses. Sommer wie Winter. Und die Fenster und Türen tragen natürlich auch einen Teil dazu bei, weil in der heutigen Zeit natürlich alles viel besser isoliert ist oder ein Fenster auch ganz anders produziert wird. Und es war ein großer Gewinn und der richtige Schritt, dass man so etwas gemacht hat. Also ein Energieausweis ist immer wichtig, wenn es zum Beispiel um Förderungen geht oder wenn es darum geht, irgendwelche Baurechtlinien einzuhalten, weil man dann berechnet, was für eine Einsparungen gibt es jetzt im Vergleich zum Bestandsgebäude, wenn jetzt Sanierungsmaßnahmen getroffen worden sind. Also wichtig bei der Energieausweiserstellung für uns als Berechner ist einerseits ganz, ganz wichtig, dass wir die Pläne haben. Gut ist auch, wenn wir die in Kopie haben, weil wir machen uns da die Notizen drauf, oder dass eben jemand, im speziellen jetzt da beim Hotel, dass jemand vom Hotel vor Ort ist, der was ein bisschen mit dem auskennt oder was eventuell auch beim Bau dabei war, weil wir da einfach ganz viele Informationen rauszukriegen. Und was teilweise auch hilft, sind Fotos vom Bau. Einfach, dass wir Informationen haben, wie so der Baubestand bzw. die Bausubstanz ist. Im Hotel Schachner wird stets modernisiert, saniert und erneuert. Nachhaltigkeit hat dabei oberste Priorität. Ja, in Zeiten wie diesen werden Nachhaltigkeit und Energie immer wichtiger. Wir haben das Hotel von den Eltern meiner Frau übernommen und versuchen seitdem bestmöglich durch Erneuerungen auf die Energie und die Nachhaltigkeit besonders zu schauen. Durch das, dass die Salzburg AG schon ein langer Partner ist von mir, auch als Stromzulieferer habe ich mich eigentlich für die Salzburg AG entschieden, weil ich immer sehr gut und freundlich beraten worden bin. Und das war aber ein Energieausweis wieder der Fall. Wir, die Energieberatung der Salzburg AG, haben aktuell eine Aktion im Speziellen für Tourismusunternehmen, wo wir auf Hotels und auf Gaststätten im Speziellen zugehen. Dabei haben wir drei unterschiedliche Beratungsmodule. Das ist einerseits der Photovoltaik-Check, wo es rein um PV-Anlagen geht. Einmal einen Energieeffizienz-Check, wo es einfach generell um das Gebäude und um Energieeinsparungen und Energieeffizienzsteigerungen geht. Und dann gibt es nur den Mobilitäts-Check. Weitere Infos finden Sie unter www.salzburg-ag.at-energieberatung